Der ambulante Hospizdienst in Oelsnitz hatte Grund zum Feiern. Ziemlich genau 20 Jahre existiert diese Einrichtung der Johanniter Unfallhilfe im Kreisverband Erzgebirge. Zum Jubiläum begrüßte das Hospizteam am 18. August Gäste aus der gesamten Region. Die meisten Menschen wünschen sich, am Lebensende in ihrer vertrauten, häuslichen Umgebung zu sein, betreut von Angehörigen und Freunden. Der Johanniter Hospizdienst setzt sich dafür ein, sterbenden Menschen diesen Wunsch zu erfüllen und so in Zusammenarbeit mit Pflegediensten und Hausärzten einwürdiges Sterben zu ermöglichen. Zwei hauptamtliche und 33 ehrenamtliche Hospizmitarbeiter der Johanniter nehmen sich Zeit für die von ihnen begleitenden Menschen. Sie spenden Trost, sie helfen den Alltag zu erleichtern, letzte Wünsche zu erfüllen, persönliche Kontakte zu pflegen und Abschied zu nehmen. Die Mitarbeiter des Hospizdienstes in Oelsnitz ermöglichen jährlich etwa 50 Menschen einen Abschied in Würde. vennach